Der Sonax-Pflegeratgeber Der Sonax-Cockpit-Pfleger Lemon Fresh ist der Klassiker für den Innenraum und der gehört zu einer kompletten Autopflege unbedingt dazu, denn hier sammelt sich schnell eine Menge Schmutz an. Deshalb sollte das Auto zuerst gründlich ausgesaugt werden. Der Sonax-Cockpit-Pfleger Lemon Fresh reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Auto. Er lässt sich mit dem Sonax-Mikrofaser-Pflegepad besonders effektiv auftragen. Durch seine spezielle Form können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden. So bringt der Sonax-Cockpit-Pfleger Lemon Fresh neuen Glanz ins Cockpit. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor dem brüchig werden. Der Sonax-Cockpit-Pfleger Lemon Fresh eignet sich auch für Holzarmaturen. Natürlich ist er silikonfrei und hinterlässt einen frischen Lemon-Duft. Der Sonax-Pflegeratgeber Betτα Flyer Sustainable Treib duct 9. Der Sonax-AP 21. 20. или 21. 22. Untertitelung des ZDF, 2020